Ja, hallo, willkommen zurück zum zweiten Teil. Im ersten Teil habe ich euch ja die zwei Möglichkeiten vorgestellt, mit denen ihr relativ leicht eure Internetverbindung analysieren könnt. Im zweiten Teil geht es jetzt darum, welche Probleme überhaupt auftreten können und wie man sie beseitigt. Wir fangen an mit dem einfachsten Fall, nämlich die Kabelverbindung. Ein Kabel funktioniert oder es funktioniert nicht. Das kann man relativ leicht dadurch herausfinden, dass man das Kabel einfach austauscht. Wenn es dann nicht am Kabel liegt, man aber trotzdem mit der Kabelverbindung eine schlechte Internetverbindung hat oder einen häufigen Paketverlust hat, dann lohnt es sich schon mal beim Internetprovider anzurufen, dem das Problem zu schildern. Die können nämlich durch Ferndiagnose herausfinden, ob entweder an eurem DSL-Anschluss, also an eurer Anschlussbox oder auch an der DSL-Vermittlungsstelle ein Fehler vorliegt. Ich hatte beide Fälle schon. Im ersten Fall lag das Problem tatsächlich an meiner DSL-Anschlussbox. Ich bekam eine neue geschickt, habe die installiert und siehe da, Problem war verschwunden. Ein paar Jahre später das gleiche Problem wieder. Wieder Anruf beim Internetprovider. Die haben analysiert. Diesmal haben sie festgestellt, Fehler in der Vermittlungsstelle wurde ausgetauscht. Problem erledigt, hat wieder funktioniert. Probleme bei Funkverbindungen können eine ganze Reihe von Ursachen haben. Da ist zum einen natürlich die Entfernung. Das ist die alle. Je größer die Entfernung zwischen Sender und Empfänger ist, desto schwieriger, desto schlechter wird die Funkverbindung sein. Die Idee ist, dass ihr zwischen Sender und Empfänger noch ein zusätzliches Funkgerät aufbaut, mit dem dann die Funkentfernung verkürzt werden kann. Ein Repeater oder Access Point lässt sich auf zwei verschiedene Weisen konfigurieren. Wenn ihr nämlich eine Kabelverbindung habt, von der Stelle aus, wo ihr den Repeater oder Access Point aufbauen wollt, zu der Stelle, wo euer DSL-Modem steht, dann solltet ihr das Gerät mit dem Kabel verbinden. Das ergibt am Ende auf jeden Fall weniger Probleme und eine bessere Verbindung. Wenn ihr das aber nicht machen könnt, wenn ihr kein Kabel in der Wohnung oder im Haus verlegt habt und auch keines verlegen wollt, dann könnt ihr den Repeater oder Access Point auch so konfigurieren, dass der Repeater seine Funkverbindung mit dem DSL-Modem aufbaut und euer Endgerät seine Funkverbindung mit dem Repeater aufbaut. Praktisch alle Repeater oder Access Points lassen sich auf beide Weisen konfigurieren. Theoretisch wäre es so, dass man den Repeater zwischen dem Sender und den Empfänger auf halber Strecke aufbaut. Wenn man aber eine Wohnung mit Wänden und Decken hat, die aus unterschiedlichen Materialien bestehen, dann ist es nicht unbedingt immer genau die halbe Entfernung. Da lohnt es sich durchaus ein bisschen zu experimentieren, den Repeater mal hier, mal dort aufzustellen und zu gucken, an welcher Stelle er am besten funktioniert. Wenn du trotz geringer Entfernung zum DSL-Router oder zum Repeater eine schlechte Funkverbindung hast, dann versuch mal die automatische Kanalfindung von deinem Repeater oder von deiner DSL-Box auszuschalten. Normalerweise funktioniert diese Automatik eigentlich recht gut und findet den Kanal, der für deine Umgebung am besten geeignet ist, aber manchmal klappt das auch nicht. Es gibt anscheinend manche Störungen, die von den Geräten nicht richtig erkannt werden. Dann ist es am besten, du gehst in die Konfiguration von deinem Router, stellst die Automatik aus und probierst mal drei verschiedene Einstellungen durch. Nimm einmal den ganz untersten Kanal, der möglich ist, einmal den ganz obersten Kanal, der möglich ist und einmal den mittleren und schau, ob du mit einem von diesen drei Einstellungen eine deutlich bessere Funkverbindung hinbekommst. Unter Umständen kann es auch sein, dass du beim Betrieb von einem Repeater den Repeater anders einstellen musst als die DSL-Box. Auch da hilft eigentlich wieder nur ausprobieren. Also wenn du bis jetzt noch keine Lösung für dein Problem hast, dann schau mal, wie alt deine Geräte überhaupt sind. Denn die Hersteller bringen alle paar Jahre neue Übertragungsstandards raus, die entweder höhere Reichweiten erzielen oder robuster gegen Störungen sind. Bei mir jedenfalls war es vor zwei Jahren auch so, ein neuer Repeater hat tatsächlich deutliche Verbesserungen für die Funkübertragung gebracht. Und zwar nicht nur, weil der Übertragungsstandard neuer war, sondern auch, weil ich ein paar Euro draufgelegt habe und ein Gerät gekauft habe, was nicht nur den 2,4 GHz Standard beherrscht, sondern auch den etwas teureren 5 GHz Standard beherrscht. Ja und zu guter Letzt noch ein paar Gründe, warum Funkverbindungen gestört sein können, abgesehen von der zu großen Entfernung zwischen Sender und Empfänger. Es können Babytelefone sein, Funktelefone, sogar Monitore und Computer habe ich schon erlebt, dass die Funkverbindungen stören, je nachdem zu welchem Abstand man mit seinem Gerät zu dem störenden Gerät ist. Am besten ihr schaltet alles im Haus ab, was ihr abschalten könnt. Alle elektronischen Geräte können letzten Endes solche Störungen verursachen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr eigene Erfahrungen habt oder noch Anmerkungen habt, dann verwendet doch bitte die Kommentare unten unter dem Video. Danke und Tschüss!